Bitte? 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 Ja! Irgendwann trifft mich auch noch, ey. Ach, der da. Jetzt hab ich schnauze voll. Nein. Fuck. Schon wieder nicht, ey. Gut, dann erschieß ich eben alle, die hier unten am Boden sind. So. So. Fuck. So. So. Tue ich. Das nehm ich mir. Äh, nutze... Oh, Hilfsmittel. Nein. Keine bad idea. Good idea. So läuft das. Oh. Was. 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 Hey. Was. 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 ehrlich. Ganz ehrlich. Das ist doch nicht mehr witzig. Tschüss. Das ging ganz schnell. Komm her. So. Hier ist auch ein... So. Jetzt habe ich viel mehr Leben. Ganz langsam landen. Nehme keinen Bock mehr drauf. So. Gut. Und Mission erfüllt. Mord auf der Baustelle. Flugverwurzzone. Okay. Benötigte Zeit. Gut. Gold. Reicht. 10.000 Dollar. Geil. Nein. Radio aus. So. Gut. Wohin. Jetzt als nächstes. Habe ich überhaupt noch was? Nein. Also mit Franklin habe ich glaube ich nur noch diese Barry, Beverly. Sonst habe ich nix. Fremder. Fremder genau. Und Freaks. Hier werde ich auch noch machen. Im Moment ist nix großartiges mehr für Franklin da. Deswegen werde ich mal eben nach Michael springen. ganz weit da hinten, Esa. Heftig. Auf jeden Fall, ey. Das war heftig. Das war mal ein Auftragsattentat, das richtig heftig war. Ja. Wie sehe ich denn aus? Wo schimmel ich denn hier gerade ab? Ähm. Dahin. Ähm. Was habe ich für eine Nachricht gekriegt? Dr. Friedler. Nein. Äh. Okay. Was ist das? Jobliste? Kein Job verfügbar. Okay. Was, Tracy? Äh. Äh. Ja. Könnt ihr euch gerne durchlesen. So. Die anderen waren einfach nur Ammonation und sowas. So. Machen wir das FIB jetzt. Die Mission davon. Und dann sollten sie uns langsam mal in Ruhe lassen. Die FIB-Leute. Sonst werde ich nämlich sauer. Und wenn ich sauer bin, werde ich böse. Wenn ich böse bin, dann haben sie nicht mehr gut lachen. So. Sieht's aus. Nein. Ich kann dir nicht helfen. Hilf dir selber. Hier fahren auch noch Traktoren rum, ey. Geiler Scheiß. Ach, bei der Drogenküche. Ja, genau. Ich bin da. Wer noch? Hallo. Ich darf hier hoch. Vielleicht soll ich mich einfach vorne treffen, aber... Ich lauf hier mal rum. Aber auch nicht. Oh. Gute Ort, wo du hier hast. Oh, ja. Es ist leicht zu schocken, nicht wahr? Schäufe und schäufe. Aber, äh, dieses... Dieses hier ist mein Platz. Und mein Arbeit? Bezahlt für mein Platz. Alles klar, relax. Ich bin nur sarcastisch. Ja, aber nicht, okay? Weil die Welt nicht mehr mehr sarcastisch braucht. Es ist die Blut der Zeit. Ja, ich verstehe den Punkt. Du? Ich verstehe den Punkt. Du bist wie jeder andere Arschluss. Du hast ein bisschen Geld gemacht. Und du bist ein Turd. Ich habe eine Nachfrage für dich. Ich war immer ein Turd. Nein! Du warst nicht, Mann. Du warst ein bisschen. Aber jetzt, Mann, du bist ein Platz. Du bist ein Schell. Geh, mach dich selbst. Du bist ein Kind der pure, Moral-Justifiable, Arschluss? Was, weil du, du bist total psychotisch, irgendwie ist es okay? Ich bin ehrlich, okay? Du bist der Hypocrite. Oh, ja, du bist ein Schell-Justifal. Du bist so weit über das alles. Oh, ja? Ich bin nicht überrascht, rißen deinen Schell-Justifal, zu sehen, was er verletztet ihr Herz. Rißen Sie, zu sehen, was da ist, Baby, denn ich bin bereit. Hallo? Oh, Mann, Mann, was ist das? Fuck off! Listen. Ich bin sorry, aber wir haben ein Problem. Ein Problem der Regierung. Wir brauchen Sie, äh, zu investigieren. Ein Forschungslager im Land. Es geht um Terrorismus, das große, Nerve Gas, Biologische Terror. Danke, Gott, ich nicht bezahlen. Listen, Sie brauchen ein paar Standard-Gear. Boat, Tandem Rotor, Heavy-Left Helicopter, Truck, Weapons. Du musst all das auswählen. Chopper alone, ich werde dir ein paar Millen zurück. Oh, keine Wurzungen. Trevor hier, er hat sich einfach viel Geld gemacht. Ist das Sarkasm? Oh, du bist gar nicht richtig, Sarkasm. Du, B****. Ein paar Wochen vorhin, ich bin glücklich, zufrieden, zu spüren, bei meinem Schwiming-Pool. Mein Lieber psychotisch-Best-Friend kommt aus keinem, um mich zu retten, über die Fehler ich gemacht habe, die Fehler ich gemacht habe, über die Dekade gemacht habe, zu spüren. Wir, unser kleine Posse, sind schlussig, schlussig. Aber hey, wir gehen und spenden 2 Millionen Dollar auf einem Tandem Rotor schlussig, so ich kann spüren Nerve Gas von schlussig, schlussig. Entschuldigung, du schlussig, schlussig. Aber Sarkasm ist all ich schlussig habe. Sarkasm! Und ein Rumpf mit Jutte-Kunst! Ja! Ja! Willkommen zurück, Mann! Es ist die alte du! Ja, 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 wir müssen gehen, es hat gut, aber Dave hier hat ein Pilates-Klasse. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye, bye! Ah, Jesus. Fucking Christ. Alright, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now you tell him that we're driving towards Polito Bay. Get in the car! Okay. Darf ich denn raus? Komm. Komm, Trevor. Ja, wenn das wirklich der alte Michael ist, dann ja, dann ist der geil. Komm. So, los geht's. Trevor? Nein. Schade. Mann, ey. Lass das scheiß Radio aus. Let me call Lester. What now? We got a funding problem. So, we need a job. Before the Juul store, you talked about a score. A bank in the sticks. I need you to meet us there. Polito Bay, right? That's the one. I'll get on a bus. Okay. Also, wie ein Raubimperfall. Yay. Let's just meet us there. Don't start. I won't. No way. Good call. If you're taking down a bank for a few days, first thing you do is call the hospital and tell them to get you guy in a wheelchair. Oh. This AC Bank, you're going to be carrying that kind of change? Local law enforcement extort money from all the weed farms, whorehouses, meth kitchens in the area. They keep their cash in safe deposit boxes. Then there's all the normal small-town payroll stuff. We should do well. You know, I've been thinking about you. Your lifestyle. Oh, have you? Oh, have you? Really? Yes, I have. People always try to label you. You know? Maniac, psycho, friend, industry leader. In some ways, you defy categorization. But then, what? Think about it. Where you live. Sandy Shores, you precious ass. I'm sorry there ain't a place nearby for you to get your colonics. Right. But why are you out here? It's off the grid. We're away from it all. It's somewhere real and authentic. This is America! And real people ain't been priced out yet. Yeah, well, what if it gets gentrified? Then I'll fucking move. Okay. What about the way you dress? What about it? I don't give a shit what I wear. No, no, no. If you don't give a shit, you wear clean clothes that fit. So yours are all a little out there, a little wacky. Whatever's in the shop is what I get. Jesus, well, what is this? It's not an absence of taste, T. it's the opposite of taste. Okay. You should be a stylist. And then there's the tattoos, the hair, the weird music, the funny toys, the niche drugs, the everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denial. I abhor hipsters. I eat them for fun. Ha ha. Hipsters love saying they hate hipsters. What I really fucking do? Self-hatred. Common hipster affliction. I don't think because I'm living out here away from the bean machines and the bankers. You're gentrifying. Soon, the skinny jeans will show up. Then the skinny lattes. And then the bankers. And you'll be somewhere else starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster. But you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, are the proto-hipster. Ha ha. I don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. You're talking bullshit. You're trying to wind me up. But I'm very, very angry. And I want this conversation to stop right away. Hipster. Fuck you! Fuck you, Michael! Say it again. That made my point. I'm not a sadist. Ha ha.